so ihr lieben willkommen zurück zu einer neuen folge fallout 6 nein fallout 4 ich hätte mich bald verquatscht aber 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 es ist schlechtes ja das glaube ich das glaube ich dir das kann man ja wie meine ich aber wir gehen auch schon schlafen das ist es geht schön dass wir schlafen gehen so besseres wetter kriegen das ist nicht schön lässt sich gering nicht schön einkliden ja was mitbekommen habe ja die baufolgen kommen nicht so gut an die baufolgen kommen nicht so gut an glaubt die baufolgen kommen nicht so gut an was ich gesehen habe gut wo ist jetzt curry curry das wollen wir eigentlich jetzt achten ich muss ja schon mal gucken hier ganz das sind waffen man braucht hier brauchen wir nicht aber nur für drei geschmierte wortanzug das eigentlich auch nicht schlechten dann geht schaden dann wird man eigentlich da oben oder ist besser auch eigentlich nicht den können wir mal sehen curry anliegen da haben wir sterne kann frustriert den schaden beim blocken oder hinten auch nicht auch mal nicht packen rhein aber auch noch was 3 auf alle werte wenn du hast geht es und dann ist trüben rein so haben wir den anzug für diese leute getan hast ja wo ist es im commonwealth nie langweilig was komme gar nein wenn ich komme gar da hier ist es doch wo ist denn kuri harte arbeit jeden tag immer das gleiche dass hoffentlich bist du nicht einer dieser sind die mich ausspionieren wo ist denn kuri ein reporter ist nur dann erfolgreich wenn jemand sein leben ja ich weiß ich weiß wo mal die waffe angelegt kommt doch meistens wo ist denn kuri wo sind die nichts bleibt für immer verborgen zumindest nicht wenn ich ein würdchen mitzureden habe wo ist denn kuri hier steht sie was versteckst du dich du brauchst etwas genau was er noch zu den anlegen kannst ja hey kann ich dir irgendwie behilflich sein denke daran atmen ich glaube wenn ich das vergesse ist es aus mit kuri wie plötzlich diese aufregenden sachen gibt es da ein neues element was wenn ich einen arm verliere den kann man nicht mehr einfach reparieren nein hast du angst ich dachte es könnte angst sein aber nicht nur das ist ein durch einander es es geht schon ich kriege es hin hoffentlich schnell hat geduld mit mir meine forschung wird mit dieser wunderbaren neuen hardware bestimmt auf kriegen wir das jetzt weg wir müssen ja ich glaube ich mache aber die baufolge das mache ich dann mal auf screen weil ja euch scheint die baufolge nicht zu gefallen gut ich lass mal kurz so nachdem wie braucht rüstung gucken was wir haben das hat nicht mal ausprobieren wollte dass die armee uniform mit ballistischer faser oder die ausprobieren so und zwar ja es wird heute bloß mal so eine völker für kuri das kann man eigentlich kuri geben im ok haben wir schon mal rechtes bein und hallo aber dann und kuri sehen so ich will bloß mal gucken was ist nicht das mit dem oder was doch die militär uniform und wir haben jetzt uniform militäruniform hätte ich mag ja uniform was fehlt uns nur fehlt uns noch verlassen also schmied sowas ja ich weiß ich wollte im riemen machen aber ich muss mal ganz kurz was gucken auf dem flieg rüstungsmeister was fehlt in uns für die ballistische frau ich weiß nicht mehr was für uns was uns da fehlt für die ballistische frau dass wir das machen können also so kurie was ist denn jetzt so kommen wir ja was willst du nur mit der handel so bekommst und mir das hier ausrüsten ausrüsten so was hast du an brustteil und es rechte bei also fehlt ihr noch nehmen noch mal fehlt ihr linker rechter arm und linkes bein haben wir da noch euch was was war das link am recht der arm linkes bein hier ach ich nehme jedes mal euch in was raus ob das jedes mal nehme ich was raus so wir brauchen linker arm rechter arm oder bekehren ihn eben ihr den smoking und ich auch was das ist was ist das ja das geht dann zurück und hinter ok da habe ich mir brauchen auslösungsleute oh gott ja nicht das leder rüstung welcher linkes bein das brauchen linkes bein brauchen wir nicht links euch was ist das bein oder linkes bein ist es was habe ich nur linke beine so immer gibt er das klingt jetzt an den linken bein mitgenommen verwendet automatisch aber dreist nirgends weil ich naja narkampfschaden was denn jetzt linkes bein brauchen wir auf jeden fall verwendet das hier ja das nehmen wir mit das kriegte linkes bein jetzt brauchen wir noch arme das hoch linkes bein machen wir echt nur linke bein oder so linke arm beim stehen das ist super mutanten ja das ist schon rechten arm brauchen wir noch linkes bein ich habe echt nur linke bein oder so rechter arm beim stehen ich muss ja gut so jetzt brauchen wir noch einen helm zylinder möchte ich da nicht aufsetzen zylinder möchte ich da echt nicht aufsetzen wohl könnte eigentlich machen witzig oder ein cowboy-hut ja ein cowboy-hut nein ich brauche noch die waffe natürlich auch eine kettling kann ich bin die hingepackt ja hat geht ein werfen das oder so hat und ding das wäre sprecht alles in der luft hier ist doch wo bist du aufgepasst x wie hier wenn ich meine munition und uns gern ich glaube die breite brauchen gar nicht ach das rüsten das fix fix das vorseiten oh oh willst du etwas von mir ja habe ich dir gegeben äh sieht sieht nicht so toll aus sieht nicht so toll aus aber vielleicht finden wir mal was noch für curry kann man das jetzt irgendwie mal ausmachen da wir besuchen das jetzt irgendwie ausschalten so curry kommt aufgepasst kann ich dir irgendwie bekommst du kommst du kommst die jetzt hier da kommt doch hierher hier drüben ich werde mich darum kümmern so curry jetzt hier und das wäre mir ein vergnügen bereit los einmal frei einmal frei so curry und die eigentlich schon aufgemotzt wissen es krone ich wie du bist ein help aufsetzen obwohl ich mal schnell aufbereitetes wasser alles mal so kommen wir gar nicht sehen auf die noch da ist die ist noch da wir haben doch die quest jetzt schon gemacht moment ich will mal gucken auf halte taste hier mit der kann er bauen ach so was nicht sicher sein und mir fehlt echt also haben wir die quest doch noch nicht gemacht wo ist denn das ist denn das mit den lager für die händler bieten ist auch nicht jetzt auch nicht geko den ich mir auch nicht wo ist denn das sagen wir das noch nicht so richtig abgeschlossen ich denke mal da müssen wir noch das haben wir noch nicht abgeschlossen müssen wir sehen wo das hinkriegen das mal eventuell noch mal nach bank und die sachen genau so geriet du hast dich eingekleidet so kleide ich mich ein so das wasser das wasser noch und aufbereitet das wasser ja kala ist zwar da wo ne machen wir jetzt nicht ich habe etwas raus können jetzt wird auch die drei viel zu wir haben uns ein bisschen leichter machen nicht eigentlich so gut ihr lieben somit haben wir curry eingekleidet haben uns noch ein bisschen entleert und so und damit die sachen sehen wir uns in der nächsten folge wieder und dann werden wir noch mal nach banker hild gehen wir sehen ob man da noch ein paar questen haben oder bekommen dass wir das mal abschließen können zwecks ja will das mit den komischen händler 6 da haben alles klar ihr lieben mega daumen euch und vielen lieben dank für kommentare tschüss